Offener Brief an Rainer Wendt, dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft. Bevor ich den offenen Brief jetzt der Öffentlichkeit vorstelle, schauen wir uns doch mal ein schockierendes Video an. Ja, lieber Herr Wendt, jetzt darf ich den Brief verkünden. Sehr geehrter Herr Wendt, wir schätzen Sie als aufrichtigen Demokraten und pflichtbewussten Polizeibediensteten hier in der Funktion als Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Am 14. März dieses Jahres fand in Dresden eine Demonstration für die Freiheitsrechte der Menschen in diesem Land statt, die ja nicht in unerheblichen Maße durch willkürliche Maßnahmen der Bundesregierung und der Länderparlamente beschnitten wurden. Wenn Sie sich die Videosequenz auf unserem Kanal Hallo Meinung ansehen, dort ist ein Herr zu sehen. Wir haben zu einem Herrn Kontakt und unterstützen ihn. Es handelt sich dabei um einen 75-jährigen Mann, der noch beruflich aktiv ist, seines Zeichens Diplomingenieur. Er wird von einem Polizeibediensteten, wir gehen von einem USK-Beamten aus, Unterstützungskommando aus Nordrhein-Westfalen, mit den Worten angesprochen, ich sage Ihnen noch einmal, gehen Sie von mir weg. Zu dieser Aussage gab es nach übereinstimmenden Zeugenaussagen keinerlei Veranlassung. Der angesprochene 75-Jährige entgegnete dann, was ist denn dann, kriege ich dann den Schädel eingeschlagen. Der Beamte äußerte gut verständlich, sehr gut verständlich. Zum Beispiel, wiederholte sich mit der identischen Aussage zum Beispiel. Sehr geehrter Herr Wendt, deshalb bitte Klartext von Ihnen. Dieser Mann hat nichts im Polizeidienst verloren bzw. zu suchen. Es gibt hier absolut nichts zu beschönigen, auch keine politischen Ausreden. Dieser Polizist gehört strafrechtlich verfolgt und vom Dienst suspendiert. Im Sinne, der mit Herz und Verstand agierenden Polizistinnen und Polizisten, die ihren Dienst verrichten, bitten wir sie um Aufklärung und Mithilfe zur juristischen Aufarbeitung dieses Vorfalls. Wir von Hallo Meinung, ich in meiner Person Peter Weber als Verantwortlicher, werden nicht eher Ruhe geben, bis dieser Mann, der jemanden den Schädel einschlagen will, vom Dienst suspendiert wird. Sollte das nicht der Fall sein, kommt die Polizei in eine Betrachtungsweise, die das Vertrauen zum Bürger gänzlich zerstört. Herr Weber wird diese E-Mail, das tue ich hiermit, als offenen Brief veröffentlichen. Wir bitten daher um zeitnahe Reaktionen. Vielen Dank und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Hallo Meinung, Peter Weber. Und jetzt ein paar persönliche Worte zu Ihnen, Herr Wendt. Sie sind ein Mensch. Ich weiß, ich schätze Sie so ein, dass Sie spüren, dass unsere demokratische Grundordnung verloren geht. Dass hier viele Dinge Mittel zum Zweck sind und dass die Polizei ausgenutzt wird, die von Staatsorganen vorgegebenen Maßnahmen mit prachialer Gewalt umzusetzen. Ich weiß, dass Sie spüren und das sehe ich anhand Ihrer Post, dass einiges in der Bundesrepublik aus dem Ruder läuft und dass die Vorsitzende Ihrer Partei, der Sie angehören, das ist ein legitimes Geschehen. Jeder kann einer Partei angehören, die sich nach rechtsstaatlichen Grundordnung, an der rechtsstaatliche Grundordnung orientiert, dass Ihre Partei, deren Vorsitzende eher als linken Vorsitzende agiert als eine christlich-demokratische Union. Ich bitte Sie daher, wirklich nehmen Sie sich diesen Fall an. Der Ruf der Polizei steht auf dem Spiel. Ich lasse es nicht zu, dass ein unbescholtener Bürger, dass ein Polizist zu ihm sagt, zum Beispiel, dass er Ihnen dann letztlich, so ist die Argumentationsfolge, den Schädel einschlagen würde. Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Auch Sie, Herr Wendt, müssen jetzt irgendwo erkennen, Farbe bekennen. Die Bundesrepublik ist jetzt an einem Weg, wo die Polizisten sich entscheiden müssen, dienen Sie dem falschen Herrn. Das heißt also politischen Vorgaben, die durch nichts, aber auch gar nichts zu rechtfertigen sind. Inzidenzwerte, lieber Herr Wendt, sind in die Tonne zu treten. Ich erinnere hier an Herrn Gassen, Bundesvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung, der gesagt hat, Inzidenzwerte sind eine Krücke, die weder medizinisch und wissenschaftlich in irgendwelcher Form begründbar ist. Und darauf begründen wir oder machen wir unsere gesamten Maßnahmen, indem wir sagen, wir stellen den Einzelhandel, legen wir still die Gastronomie, die Hotelbranche, die Sicherheitsbranche, alles was ist. Wir erleben das hier in Nürnberg, Inzidenz 107. Es ist wieder alles zu. Herr Wendt, dieses Land gerät aus den Fugen. Zeigen Sie, dass Sie Demokrat sind. Zeigen Sie, dass Sie Menschen mit Herz sind und zeigen Sie auch, dass Sie solche Leute im Polizeidienst nicht dulden. Ich bedanke mich. Ich freue mich von Ihnen zu hören. Ich weiß, dass Sie es tun und Sie werden mit der gebotenen Fairness behandelt, so wie Sie es von Hallo Meinung und von mir gewohnt sind. Ich sage Danke, liebe Zuschauer, bitte teilt dieses Video, abonniert unseren Kanal. Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Und ich habe noch eine Bitte. Wir haben täglich Zugriffe wirklich in Millionenhöhe. Bitte seht auch, dass alles, was wir tun, ist auch mit Kosten verbunden. Diese Kosten müssen irgendwo realisiert werden. Ich mache das ja gerne. Wir haben auch sehr, sehr viele Unterstützer, bei denen ich mich ausdrücklich an dieser Stelle bedanke. Aber ich würde mich freuen, wenn die Menschen, die das öfter in unseren Kanal schauen, unsere Videos, unsere Beiträge. Wir haben hier tolle Autorenbeiträge. Wir haben Sendungen mit Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutz. Professor Patzelt, einer der bekanntesten und besten Politikwissenschaftler, die wir in Deutschland haben. Matthias Matusek, Daniel Matusek. Die ganze Palette unserer Zusammenarbeit. Wir haben zwölf Leute beschäftigt, die da natürlich auch von leben müssen. Ich würde euch einfach bitten, seid fair. Es ist egal, was. Ein, zwei oder drei Euro im Monat. Aber das hilft. Und bitte, dann können wir unsere Dienste verrichten. Es gibt nicht mehr viele Medien, die sich werteorientierte Maßstäbe gesetzt haben. Alles andere driftet mehr oder weniger so wie die Öffentlich-Rechtlichen nach links ab. Ich bitte um eure Unterstützung. Und seid fair. Wenn ihr unsere Beiträge anschaut, freue ich mich, wenn ihr uns unterstützt und damit unser gesamtes Team. Danke, Peter Weber. Passt auf euch auf und bis zur nächsten Sendung.